Hallo, ich bin Arno Strobl. Ich schreibe es so lang. Ich möchte Ihnen etwas erzählen über ein Dorf. Oder besser über das Dorf. Ein Buch, das im Fischer Taschenbuch Verlag geschehen ist. Was würden Sie tun, wenn der Mensch, den Sie am meisten lieben, Sie anruft und Ihnen sagen würde, dass er in große Gefahr ist, dass er gekippt nicht wurde und befürchtet, umgebracht zu werden? Sie würden die Polizei rufen, da bin ich sicher. Ja. Aber wäre das alles, was Sie tun würden? Würden Sie sich nicht vielleicht in Ihr Auto setzen und selbst in dieses Dorf fahren und nach dem geliebten Menschen suchen? Was würden Sie tun? Was wäre, wenn die Einwohner dieses Dorfes ganz merkwürdige Gestalten sind, die von Stunde zu Stunde seltsamer vorkommen, vor denen Sie plötzlich Angst haben müssen? Was würden Sie tun, wenn die Hoffnung, den geliebten Menschen zu finden, fast nicht mehr vorhanden wäre? Was wäre, wenn die Einwohner dieses Dorfes ganz merkwürdige Gestalten sind, die von Stunde seltsamer vorkommen,